Dein Super-Ostern bei Nickelodeon. Der Hammer! Halt dich fest! Jetzt wird es super bunt, super verrückt und einfach super witzig. Freu dich auf Super-Tage mit deinen Lieblingsserien. Super-Filmen. Super-Neuen-Folgen. Du wirst echt lachen. Und jede Menge Spaß. Auf dich wartet ne große Überraschung. Gefällt mir? Bald ist es soweit. Dein Super-Ostern. Karfreitag geht's los. Nur am langen Osterwachenende und nur bei Nickelodeon.